Ja, hallo zusammen. Willkommen zu einer neuen Folge. Danke auch. Ja, ich glaube, ich muss wirklich meinen Rumpf ändern. Also es ist unterteilt. Wiking oder Mammut? Komm, ich habe mit Mammut lange nicht mehr gespielt. Ja, mal den. Sollen wir auch mal die Waffe ändern? Ich bin noch froh. Äh, Twins? Ja, komm, lass uns Twins nehmen. Oder Rikocet. Ja, Rikocet, ey. Ich werde das lieber nicht so machen. Enter. Ja, so. Das kann mir fast keiner mehr was antun. Oh. Fahr doch, fahr doch. Ey, Mann. Ich komme da nicht hoch. Nein, 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 nein Okay. Dankeschön. Boom, 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 boom. Ja, okay. Soll ich mir auch mal... Okay, ich will mir auch mal stärken, okay? Stärken, Power, Stärken, Power. Und nein, ich habe die ganzen Lärm nicht damit gemacht, auf dem Handy, sondern auf dem PC. Und das war ich nicht allein, das war vorher meiner Mutters. Ich spiele dir das halt nicht mehr. Und der kommt mit mir. Und das hat es auch früher gespielt, aber jetzt spielt es auch nicht mehr. Alle Akons gehen einfach mir. Allein von meinen Akons wurde gehackt. Sie bin ich fast damit abgeworfen. Das war mein Lieblings-Account. Und jetzt ist es jetzt weg, leider. Ich habe schon mal ein Video gemacht. Und das auf dem PC. Und ja. Seid voll schwer. Ich war halt noch auf diesen Account, den ich jetzt vermisse, der gehackt wurde. Ich kann es zum Längen bringen. Geil. Man muss einfach nur stehen bleiben, dann kann man dann schießen. Wenn er nicht noch stehen bleibt. Wenn er die mit Mammut-Öl so benutzt, und dann noch Stärke hat, so benutzt, ja, halt die Stärke drugt, oder, oder auch damit, dann seid ihr richtig, dann kriegt ihr richtig viel, dann zerstört er ultra viele. Oh. Okay. Okay, so I got a mega leg. Not here, here. Okay. Wer kennt eigentlich Denny Justin? Weil, er hatte eine Freundin, die hat auch einen YouTube-Kanal, und sie hat gerade auch ein Video gesehen. Scheiße, 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 Scheiße. Nicht hoch fliegen, nicht runter, nicht wieder umkippen. Ach, Dankeschön. Junge, hörst du mich? Okay. Okay, ja, damit bin ich ganz, damit bin ich auch zu früh, ja, ja, kann man ja machen, kann man ja machen, nein, man muss die nix können, guck mal wie die nix können, wir sind ja alle, aber doch nicht. Ich mache wieder gleich ein Video, ja, das ist heute, glaube ich, mein drittes Video, das ich gemacht habe, und das wird auch gleich reichen, weil ich will auch nicht mehr Videos machen. Das ist auch noch eine Entschuldigung, dass ich halt nicht, schon lange, dass ich so, keine Ahnung, ein, zwei Wochen kein Video gemacht habe. Okay, ein, ja, damit würde ich mal sagen, wir sehen uns heute nächstes Mal wieder, nächstes Mal sehen wir uns wieder, ja, versuchen wir noch nicht, ja, okay, ich schaffe kein Kill mehr. Hopp, oder? Ja, nee, also ja, damit würde ich mal sagen, das war's mit der Folge, ich hoffe, es wird euch gefallen und ciao, ciao.